Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Come Unity Commentary WoW Shadowlands M Plus Keys. Heute oberes Karazhan plus 18 aus Sicht eines Vergelter-Paladins. Da wird es langsam richtig heiß, hör mal. Nicht nur weil Katze und Schwert gleichermaßen brennen, sondern weil 18 in Karazhan ist wirklich schon eine gefährliche Sache. Ist das überhaupt rechtens? Darf man sowas vermutlich, ne? Mit tyrannischem Affix des Bossgegnern mehr Leben haben und mehr Schaden machen, also... Ich sag mal so, es hat den Grund, dass viele Leute Medivh als Boss auch vergessen haben. Alle so, ja, ja, Karazhan hier mit dem Schach und so und Bums. Oh, warte mal, was war denn da eigentlich davor? Hm, Blackout bei allen, ne? Warum das so ist, werden wir heute hoffentlich nicht sehen. Es gibt wenige Dinge, die unheimlicher sind als Karazhan mit tyrannischem Affix. Eine dieser Sachen hatte ich diese Woche auch, hab nämlich einen Briefkasten aufgemacht und da waren Steuerunterlagen drin. Ja, das ist auch wie so eine Fahrt durch die Geisterbahn als Kind. Das muss wahrlich nicht sein, aber ich denke, unsere Gruppe bekommt das ja einwandfrei hin. Davon abgesehen, haben wir inspirierend mit dieser Aura. Mops, die innerhalb dieser Aura stehen, die erkennen wir an diesem goldenen Leuchten, ja? Dann diesem betroffenen Mob geht die eben aus und Mops, die drinstehen, die sind CC-Immun. Das kann je nach Cast-Frequenz sehr reulich sein. Außerdem haben wir Beben, das sehen wir hier gerade im Close-Up, Junge. Ey, halbe Natur-Doku, ne? Komm gleich ein Löwenhudel vorbei hier und will unseren Zwerg wegnaschen. Na, ich glaube, es geht los, Freunde. Obacht ist geboten, bebend. Diese braune Fläche dehnt sich aus. Wenn sie den Rand der Fläche, die ihr euch sowieso umgibt, erreicht, dann wird sie explodieren und dann bekommt ihr Schaden. Sollte man nicht überlappen und man sollte auch keinen Zauber wirken, wenn das passiert. Sonst werdet ihr zusätzlich zum Schweigen gebracht. Oh, hier schön, der Golem an der Treppe. Jawohl, ist da ein bisschen viel Kuschelei. Kann mit Beben gefährlich sein, aber besser als diese Blitze in die Schnauze zu kriegen. Denn dieser Golem klappt sich immer mal auf, erinnert an diverse Mobs aus God of War. Hallöchen, Grüße gehen raus. Und wenn sie sich mit dem Beben richtig verteilen und jetzt wieder runterspringen, jawohl. Wir haben es gerade gesehen, auch ohne Verstärkung machen diese Blitze sehr viel Schaden. Dann scheinen sie da so eine kleine Safe-Zone zu haben. Sehr, sehr coole Sache. Die Blitze sind nämlich sehr mächtig, aber sie sind zu mächtig für die Kante oder gar die Treppe. Das kenne ich auch von mir selber, IRL. Ja, wenn ich Treppen sehe, sage ich auch, Leute, kann ich nicht machen. Bin ich zu mächtig, muss die Rolltreppe oder den Fahrstuhl nehmen oder mich mit so einem Flaschenzug dann hochziehen lassen. Ja, je nachdem, was eben gerade angeboten wird. Und das ist immer die Gefahr natürlich, ne. Wenn man dann doch die Treppe steigt, so bei der Hälfte, wo Nahrung und Wasser langsam knapp werden. Man schwitzt wie ein Niagara-Fall. Also, ganz belastend. Dann kommt vielleicht noch so ein Löwenrudel wieder vorbei. Diese Gefahren beim Treppesteigen. Ne, ne. Das sind die wahren Endgegner. Ja, sie haben keinen verstärkten Affix. Das heißt, es kann gut zusammengezogen werden. Unser Zwerg hat sich hier gleich den Mob rausgesucht, der diese besagte Aura hat. Erkennt man ganz gut, ne, mit diesem Leuchten drumherum. Auch wenn es bei den Würmchen jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger wird, den gezielter rauszuholen. Aber, tja, können sie halt nicht kicken. Müssen sie wohl alles einfach platzen lassen mit ihrem Schaden. Und das wird mit Sicherheit ganz gut funktionieren. Unser Parler hat beim verhüllten Affix, das ist natürlich unser saisonaler Affix, auch die Meisterschaft mitgenommen, wenn ich es richtig gesehen habe. Das heißt, Heiligschaden wird hier jetzt nicht weniger. Und dementsprechend kann er hier so richtig nice reinroffeln in die Gegner. Natürlich gucken, dass man ausweicht. Ja, auch die Schrecken zu dort haben natürlich ein paar Fähigkeiten. Wo man aufpassen sollte, da raus aus dieser Aaswolke, raus aus diesen lila Wolken auf dem Boden. Die lassen euch sonst einschlafen. Die lassen euch sonst einsflipen. Vorne hier, Mission International kam wieder ein bisschen durch, ne. Muss man aufpassen in Karazania. Und auch diese Arcanelementare hier sollten jetzt eigentlich nicht der Rede wert sein. Auch unser Tank hat das da fabelhaft im Griff. Oder können die die Ds natürlich umso einfacher alles aus dem Leben drücken. Ja. Beim verhüllten Affix bei den Schreckenslords ist es so, am Anfang wählt ihr eben euren Sekundärstat. Und dann hat man eben Mobs in diesem Dungeon, die hier eigentlich Schreckenslords sind. Die haben auch so eine verheißungsvolle lila Aura um sich rum. Die kann man dann mitnehmen. Und wenn man das tut, gibt es eben einen schönen Buff auf den ausgewählten Stack. Eine Gruppe haben sie vergessen. Das war ihnen dann doch ein bisschen zu heiß. Haben gesagt, nee, komm mit dem Lord dann noch drinnen und die Arcanelementare. Und jetzt wird der Kurator um Gottes willen. Ihr muss hier raus. Ja, ist doch einer der angenehmeren Bosse immer gewesen. Auch beim T-Mog-Farm, wenn man hier reingeht. Ach, die T-4-Helme vom Endboss, Freunde. Reude, ich denke übrigens dran, wenn ihr in Legion, im Addon Legion, Bosse killt, in Raids und so, bekommt ihr diese erweckenden Essenzen. Ich glaube auch manchmal am Missionstisch oder von Weltquests oder so. Die sind so ähnlich wie kosmischer Flux in Shadowlands. Die konnte man benutzen früher, um Legendaries auch zu kaufen, auch gezielt zu kaufen. Ihr könnt damit auch Legendaries für andere Klassen kaufen. Und das kann ganz interessant sein, weil diese Legendaries aus Legion, was für ein schweres Wort. Die sind häufig einfach neu genutzte alte Skins von Items. Ja, ich glaube beim Dudu war es so. Du kannst für den Legendary-Helm, für diese Essenzen in Legion Dalaran kaufen. Und er ist an sich ja nicht mehr nützlich, aber der hat dasselbe Aussehen wie der T-4-Helm aus TPC. Das heißt, wenn du den kaufst, musst du nicht mehr Kara für diesen Helm. Deswegen, liebe T-Mog-Freunde, wenn euch da ein bisschen was fehlt aus den unterschiedlichsten Bereichen, ich glaube es waren auch mal Set-Teile aus dem Thron des Donners oder so, dann checkt das auf jeden Fall mal aus. Bin mir sicher, dass viele von euch noch einige von diesen Essenzen auf der hohen Kante haben. Und da kann man sehr, sehr easy ein bisschen T-Mog holen, um eventuelle ekelhafte Farms zu vermeiden. Ja, der tyrannische Kurator muss man natürlich gucken. Wir sehen das schon, es kommt ordentlich Schaden hier rein. Sogar ein bisschen zu viel gerade auf unseren Paladin. Da kommt aber direkt der Battle-Reds. Ja, und man muss gucken, dass man den Boss natürlich auf diesen begrenzten Rang hier so zieht, dass man eben doch genügend Platz hat für diese Voids, die dann natürlich zerschlagen und entsprechend abgelegt werden. Also da sind schon wieder Voids an Voids an Voids. Junge, bei unserem Pally steht eigentlich die ganze Zeit nur Heilung, 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 ne? Weil alles um die Ohren knallt und Kettenblitze wirkt und, und, und. Jetzt hat der Kurator genügend von seiner Energie rausgehauen. Das heißt, er macht diesen Wiederherstellungswirbel an. Jawohl, halbe Waschmaschine hier um ihn rum. Und in dieser Zeit kann man natürlich hervorragend auf ihn drauf zwirbeln. Jetzt aber wieder diese Energiebällchen. Schnell umhauen, weg von denen, bevor die explodieren. Und dann haut auch das wieder ganz problemlos hin. Ist also ein Bossfight, der mit koordiniertem Schaden und genauso koordiniertem Positioning zu tun hat. Und man sollte eben schauen, dass man dieser Energie recht zügig Herr wird. Mit einer melee-lastigen Gruppe nicht ganz so einfach, wie wir gesehen haben. Denn diese Voids, die werden definitiv mit der Zeit nicht angenehmer. Der Kurator spreadet hier ordentlich rum. Und deswegen sollte man schon gucken, dass man das so ein bisschen abstimmt, wie man hier läuft, auf was man gerade geht. Ja, und dass man auch gemeinsam, jawohl, schön hier die Heilungsflächen mitnimmt. Oh, da kommt schon der nächste Beschluss. Da kommt die Antimagische vom DK. Nice, wie hier versucht wird, jedes bisschen Schaden auch wirklich rauszunehmen. Unser Pally fühlt sich da sehr wohl. Stellt sich schnell rein, um sich eine Heilung zu drücken. Und dann ist auch schon wieder die nächste Aufladenphase vom Kurator. Schnell die letzte Energie weghauen. Schnell das Beben spielen. Und dann irgendwie gucken, dass man die letzten Prozente jetzt wegbekommt. Fünf sind es noch, jawohl. Aber ansonsten wird sie auch langsam ein bisschen eng mit dem Platz in dieser Ecke. Und das war ja schon der tyrannische Kurator. Auf bloß 18 relativ easy aus dem Leben gedrückt. Ja, das war, ich würde sagen, schön gemacht. Junge hat dieser Teil hier damals meinen Kopf gefickt, als wir hier das erste Mal drin waren. Kara kam ja in dieser Mega-Dungeon-Form. Neu im Add-on Legion. Und da haben wir sogar von unserer Raid-Gruppe aus an diesem Tag den Raid pausiert. Und haben gesagt, pass auf, wir splitten unsere Raid-Gruppe und machen so zwei, drei Gruppen, die dann Kara rennen. Und dann gucken wir mal, wie das läuft und wie wir da eben durchkommen oder auch nicht. Ja, Pally gleich rein, der Bubble engaged. Let's go, scheiß mal hier auf diesem feurigen Boden. Wir kommen direkt zum Flammenbringer. Und auch Trash-Prozente. Mh, will man da jetzt lieber nicht mitnehmen, ne? In diesem seltsam frakturierten Raum. Hier schön gucken, dass man natürlich nicht da steht, wo der Boden Lava ist. Da kann man schön auf diesen Feldern eben ausweichen. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Natürlich ein bisschen nervig, wenn sich das so überlappt. Aber auch da kommt es wieder auf die Zeit an. Wir haben es gesehen, das war ein bisschen versetzt. Erst waren, was weiß ich, die Hellen eben benetzt von Flammen. Dann die Dunklen. Das heißt, wir gehen auf die Dunklen. Und dann, wenn die Hellen durch sind, auf die Hellen. Damit uns die Dunklen nicht schaden können. Ich hasse es, sowas wirklich zu erklären. Das klingt immer so bescheuert und überkompliziert. Dabei ist es so einfach. Auch wenn ich, wenn ihr euch erinnert, den zweiten Boss in Nialotha erkläre. Mit diesen Abbildern, dieser Prophet, ne? Wo man zwei Gruppen hat und die Abbilder. Und ja, fühlt sich dann so an wie dieser Gang hier gerade, ne? Auf, auf, zum guten Medivh. Den man, den man sehr gut unter Kontrolle bringen kann, wenn man anständig kickt. Und jetzt wissen wir auch, warum die meisten Random Gruppen bei dem Probleme haben. Ist in WoW immer so eine Aussage, ne? Man hat da eigentlich keine Probleme, wenn man richtig kickt. Ja, das ist irgendwie eine abgeschwächte Version von hat man keine Probleme, wenn man richtig spielt. Ja, dann hast du noch das passende Gear dazu. Und mit der Philosophie müssen wir alle mythisch reden können. Oder? Einfach richtig spielen, Leute. Das ist es auch schon. Let's fucking go. Ja, er hat Frostzauber, er hat Feuerzauber, er hat Arcanzauber. Ist eben das Echo von einem der größten Magier, die je gelebt haben, ne? Oder der je gelebt hat. In dem Fall, ich weiß gar nicht, ob sich momentan jemand hinstellen würde und sagt, haha, ich bin größer als Medivh, Junge. I don't know. Aber reicht, egal in welchem Vergleich, um zu sagen, unterbrecht ihn bitte. Okay, wir müssen jetzt nicht die Chroniken aufschlagen und hier während des Kampfes reinlesen. Nein, nein. Wir müssen schön unterbrechen und können gucken, dass wir seine Mechaniken eben gegen ihn benutzen. Ja, wenn man irgendwie zu viel Frost gelötet hat, kann man eben den Feuer-Buff benutzen und so weiter und so fort. Und wir sehen schon, das läuft bei uns in der Gruppe gerade sehr, sehr gut mit den Kicks. Ab und zu kommt natürlich ein bisschen was durch. Unser Heiler will ja auch was zu tun haben, aber wir sehen schon, solange der vor allem auch damit beschäftigt ist, ein bisschen Zorn zu ballern, hält sich das jetzt noch in Grenzen. Und das läuft ja wirklich fantastisch mit dem Unterbrechen. Schau mal, jetzt werden die Ads beschworen. Jawohl, oh, auf die muss gewechselt werden. Mann, alle hatten Ultra-Bock und dann kam einfach Beben. So belastend. Die hauen natürlich auch noch Arcan-Schaden mit raus. Da kam schön der göttliche Glockenschlag und der Paladin natürlich bei den Kyrianern. Und auch diese Fähigkeit ist ja in Dragonflight zum Glück wieder skillbar. Das heißt, unsere Paktfähigkeiten, die fliegen natürlich in irgendeiner Form raus, sei es, weil sie ersetzt werden oder nur in den Schattenlanden verfügbar sind. Aber einige davon wandern eben in die Talentbäume. Und dazu zählt natürlich auch der göttliche Glockenschlag. Wie auch so manche Legion-Legendary-Fähigkeit, T-Set-Boni oder, oder, oder. Also da haben sie ja nicht das Rad oder die Fähigkeiten neu erfunden, sondern vieles von alten Sachen eben nochmal ein bisschen recycelt. Ja, auf hübsch getrimmt, ein bisschen skaliert und dann hat das hingehauen. Ja, ich hätte fast eskaliert gesagt. Und das sind sie auch bei den Bäumen, aber in einer anderen Hinsicht. Ja, weiter kicken, weiter schauen, dass wir den Mage unter Kontrolle halten. Sehr schön hin und her. Früher haben wir immer gesagt, dummer Junge spielen wir. Da hatten zwei einen Ball und einer stand in der Mitte und der in der Mitte war eben der dumme Junge. Und der musste versuchen, den Ball zu fangen. Das ist ein sehr faires Spiel gewesen. Und am Ende hat man sich immer irgendwie gekloppt und gekappelt und ein bisschen rangeln auf dem Boden. Und dann waren alle dumme Jungs. Das lehrt uns dieses Spiel, Freunde. Am Ende sind alle die dummen und wenn drei sich freuen, gräbt der Dritte eine Grube oder so. Dann sind wieder diese ganzen Weisheiten. Ja, Zwerge haben kurze Beine und sowas, Freunde. Das Gute ist aber, egal... Oh, no way. Ich wollte gerade sagen, egal welche Weisheit ihr teilt, der Boss geht jetzt down. Oh, no. Oh, mein Gott. Das ist... Das ist sehr sad, Mann. Sie waren bei fast 10%, ne? 11, 10%. Oder in so einer Scheiße gehen die Bomben hoch. Oh, boy. Ja, das tut weh. Das tut fucking weh. Jetzt nicht mal unbedingt der Vibe im Rahmen der Minussekunden durch die Tode, sondern holy shit, wie lange hat dieser Kampf gedauert, Mann? Oh, boy. Ja, Medivh ist eben ein Boss, bei dem man tatsächlich aufpassen muss, ob man überhaupt weiß, was man selber gerade tut, was der Boss gerade macht, ob man schon gekickt hat, ob die anderen gekickt haben, ne? Und wie sehr man gleich die Gruppe in die fucking Luft jagen wird, wir werden auch noch bebend und Co. mit rein eskalieren. Aber gut. Bin mir sicher, sie gehen jetzt rein, ziehen einfach am Ende alle ihre antimagische Hülle. Oh, wait. Und dann wird das gut werden. Von der Optik her ist Karazan aber wirklich ein Genuss. Also früher schon gefeiert die Mucke dazu, Mann, Freunde. Fühlt euch frei, in diesem Moment ein bisschen Karazan Opernmusik anzumachen oder Theatermusik oder was auch immer das läuft. Und es ist einfach schön, oder? Dieses Feeling, wenn ich manchmal sehe, wie lange viele von uns schon zocken, Junge. Oh mein Gott. Gibt es hoffentlich irgendwann in vielen, vielen Jahren so einen extra Auftritt hier von Video Games Live. Kennt ihr das? So ein Orchester? Die spielen dann auch Final Fantasy und WoW und sonst was. Und auf einer riesigen Leinwand hinter diesem Orchester laufen dann, ähnlich wie manchmal auf der Gamescom, ne? Wenn ich da an die Blizzard-Bühne denke, da laufen dann, ja, diese ganzen epischen Cinematics und Sequenzen ab. Und das ist einfach live? Boah, Bruder. Das ist anders heftig. Konnte ich schon mal in einem kleinen Stil eben auf der Gamescom genießen, aber dann in so einem Orchester? Nur mit den Best-of-WO-W-Tracks? Und Junge, können wir jetzt schon mal anfangen zu sparen, aber ich glaube, das lohnt sich, ne? Holy Fuck. Und darum fand ich auch das neu aufgelegte Karazan so schön. Das habe ich, glaube ich, auch schon häufiger erwähnt. Vermutlich erwähne ich es in jedem Replay, okay? Weil man hat so ein bisschen den alten Kern, aber doch was Neues eben mit drin. Gerade der Arcan-Schaden kann ja auch sehr böse sein. Also Frost und Feuer natürlich ganz genauso, aber wir sehen das auch, wenn wir das Tankleben zum Beispiel im Auge behalten und er seine Arcanen-Geschosse wirkt. Das ist so richtig ein Geschoss, Bäm. Nächstes Geschoss, Bäm. Mit so einer kleinen Pause aber dazwischen, ja? Zwischen den Bäms quasi. Und wir sehen auch hier bei diesen Vögeln, wie der Heiler da leidet. Und bei den Geschossen kriegt zum Glück vor allem der Tank in die Schnauze. Aber wie der droppt, Junge. So abartige Schellen. Also ganz im Ernst. Guckt euch das gerade an bei unserem Monk. Ja, halt nochmal. Hier ein paar Hits, ne? Let's go. Aber diese Arcanen, müsst ihr mal drauf achten in der Anzeige da links, ne? Gerade tickt ja nur der Pyro. Das ist schon böse genug. Aber wenn sie die Geschosse durchlassen, ne? So als kleineres Übel. Oh boy. Dann gibt es wirklich böse ins Maul. Jetzt zum Beispiel. Guckt euch diese Hits an da. Also unnormal, Junge. Unnormal. Und das war noch die, wo jetzt ein Dev-CD-Ready war, nehme ich an. Ansonsten geht's da aber auch ruckzuck Richtung 20 Prozent, Junge. Da hat der Heiler dann aber ganz starke Schmerzen. Kannst du wissen. Sehr schön. Mit den Kicks läuft weiterhin sehr gut. Sie lassen die Zauber auch möglichst lange durchlaufen, ne? Um natürlich zu verhindern, dass er dann sofort zum nächsten Ansatz und wieder und wieder. Nö. Schön die Zeit nutzen, bis man dann eben kickt, um das entsprechend zu unterbinden. Ansonsten kann es natürlich sehr schnell wieder sehr kacke laufen. Da kommen sie erneut, ja? Guckt euch das an. Na, bam, bam. Schön hintereinander. Diesmal wieder unterbrochen. Okay. Da kommen die nächsten. Wieder unterbrochen. Junge, die Kicks hier. Es ist Wahnsinn. Wahnsinn. Und jetzt stellt euch vor, dieser Dungeon kommt wieder in so eine Zeitwanderungsvariante in Dragonflight rein. Nur nur zwei Leute haben ihre Kicks im Talentbaum mitgeskillt. Ja. Was machst du dann bei dem Boss, ne? Ja, Heilerfehler. Natürlich. Einfach Heilerfehler. Jetzt kommen diese Flammenkränze. Da kommt diesmal auch die Antimagische drüber. Da kommt noch Beben dazu. Da wird auch die Dunkelheit vom Demon Hunter runtergepackt. Da kommen wieder diese Arcanengeschosse, die diesmal ja auch dem Heiler ordentlich zusetzen dahin sind. Aber es scheint noch zu gehen. Bloß jetzt nicht aus dem Ring rausbewegen. Bloß jetzt nicht diesen Ring berühren. Das hat sehr, sehr gut hingehauen. Und jetzt wird weiter gekickt. Jawohl. Ach, guck mal, wie schön sie das gerade machen. Gleich noch ein Zacken konzentrierter, oder? Man hat fast gemerkt, wie die Sinne nochmal geschärft wurden von unserer Gruppe auf den letzten Metern, wo sie das letzte Mal zerrissen hat. Auch das hier. Ja, wie geil ist das von der Optik, Mann? Halber neuer Doctor Strange Film einfach. Oder schön hier durch Raum und Zeit fallen durch die Bibliothek. Und dann wurden wir jetzt ja, meine ich, sogar geschrumpft. Nur die Katze hat nicht so Bock, ne? Die denkt sich, sind wir schon da? Sind wir schon da? Guckt sich so ein bisschen um, ne? Ja, 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 die Dimensionen und die Sterne. Ah ja, deswegen haben wir jetzt auch so Bücher und Ratten als Feinde, ja? Weil wir jetzt durch diesen Ritt eben geschrumpft wurden. Unsere Gruppe sieht zeitlich eigentlich noch ganz gut aus. Wir haben Trash-technisch fast 61%. Das dürfte auch ganz gut sein, weil wir haben hier jetzt eigentlich noch genügend Gegner, die uns nicht nur das Leben schwer machen, sondern im Idealfall auch die Prozente füllen. Oh Gott, habt ihr die Buchcover da gesehen? Das sind diese schlüpfrigen Romantik-Schmöker. Ich hoffe, ihr kennt die. Und eigentlich hoffe ich gleichermaßen, dass ihr die nicht kennt, ne? Dann lenken wir uns jetzt hier aber mit dieser wunderbaren Spinne ab, die ja gleich mal ordentlich bambuselt wird mit allem, was die Gruppe hat. Schön die Dots drauf da. Jawohl, unser Monk will gleich ein bisschen mehr pullen. Muss man aber auch aufpassen. Ich glaube, die Ratten haben ihre Familie dazu gerufen. Und ein Baby-Schreckenslord haben wir auch. Guck mal, netterweise haben die sich auch geschrumpft. Wunderbar. Ja, die Ratten haben so ein bisschen bei Atummen gelernt. Schau mal. Die haben hier ein richtiges Geschwader mit dabei. Ist auch so eine Stampede, die nach vorne läuft. Und die haben eine Lücke mittendrin, das sieht man. Aber man kann natürlich auch an der Seite vorbei, ne? So viele sind es dann doch nicht. Ja, dieser Pull ist schrecklich schief gelaufen. Oh nein, was machen sie gerade auf die letzten Meter? Freunde, da müssen sie sich jetzt aber dringend fangen. Und ansonsten wird das hier doch unangenehmer zum Endbosschen, als es eigentlich nötig ist, ne? Denn es ist tyrannisch. Das heißt, der Trash dürfte hier gar nicht so die Hürde sein. Aber mit den Schreckenslords dazu ist eben doch böse, ne? Und nur weil die Trash-Mobs hier recht einzeln stehen, sollte man die keinesfalls unterschätzen. Das hat unsere Gruppe jetzt in dem Fall auf jeden Fall auch gelernt. Aber das war sicherlich von Monk-Tanks so gedacht, ja, wir haben eben viel Zeit verloren. Das holen wir jetzt wieder rein beim Trash. Ja, scheiße, ne? Steckst du manchmal auch nicht drin vorne. Ist eben doof, kennen wir, denke ich, alle. Aber wir sehen die Gruppe gar nicht lang schnacken. Nicht irgendwie groß rumflamen oder so ein Scheiß. Wieder rein. Ja, noch ist alles drin. Noch können sie das machen, egal ob Schreckenslord oder nicht. Der hat ja netterweise sogar seinen Life-Pool behalten. Das ist auf jeden Fall sehr nett von ihm. Und darum nehmen wir jetzt einfach eine Ratte weniger. Und dann haut das an der Stelle auch hin. Ja, die Spinnen haben ja auch irgend so ein Leech-Gift, wenn ich es richtig gesehen habe. Leech ist ja auch Raube, so Lebensraub, Life-Leech, ne? Dementsprechend müsst ihr jetzt nicht unbedingt eure Geldbörse festhalten. Die will sie höchstwahrscheinlich nicht haben. Oder doch? Sondern hier heilt sich der ein oder andere Mob ganz gerne gegen. Und das sorgt natürlich dafür, dass die Kollegen noch länger leben als oder hinschauen. So, wir sehen, da ist wieder eine Lücke. Da passen wir mit unseren verkleinerten Hintern jetzt auch wunderbar durch. Ansonsten würden wir diese Ratten natürlich einfach todtrampeln. Aber so gönnen wir denen ihr Familientreffen. Und gucken mal, wie viele Prozente so eine fette Ratte gibt. Die sind jetzt nämlich schon fast bei 70. Mal sehen, 68 haben sie jetzt. Ja, das waren jetzt fast 4 Prozent, ne? 3 bis 4. Irgendwie in dem Dreh, würde ich sagen. Kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Sehr nice, sehr nice. Und wir haben noch einen Schreckenslord. Das heißt, auch die Sekundärstats werden nochmal gepusht. Und dann sind wir schon beim nächsten Boss angekommen. Bin mir nicht sicher, ob sie jetzt in den Reihen gehen. Ich meine mich zu erinnern, auch bei dem brauchte man ein bisschen Platz. Der hat sie immer weiter aufgeladen. Hat immer mehr Sphären beschworen. Da musste man dann verhindern, dass sie den Boss erreichen. Das kennen wir auch, wenn wir zum Beispiel an den ersten Boss in ihren blutigen Tiefen denken. Das ist jetzt keine komplette neue Mechanik, würde ich meinen. Aber da muss man natürlich aufpassen, denn wir sehen, der ist relativ groß. Man braucht hier ein bisschen Platz. Und sie haben auf der linken Seite jetzt nicht allzu viel freigeräumt. Aber sie gehen hier rein mit KR. Sie wissen auf jeden Fall, dass dieser Boss sehr ekelhaft sein kann. Und machen hier keine halben Sachen. Das ist auch sehr, sehr gut so. Schön raus aus den Voids. Jawohl, schön den göttlichen Glockenschlag mit reingezimmert. Und dann ist er auch schon auf dem Weg zu 80 Prozent. Jawohl, also der Boss geht bisher sehr solide runter. Allerdings ist auch zeitnah der Burst vorbei. Und wir sehen, weswegen man verhindern sollte, dass der sich weiter auflädt. Gerade auf Tyrannisch. Ab und zu entfesselt er so eine Blitzshalve auf die ganze Gruppe. Und da ist sofort wieder dieses Jetzt-Heilen von unserem Paladin angesprungen. Weil das hat einfach mal so viel Schaden gedrückt, dass es ihn direkt in einen kritischen Bereich gezirbelt hat. Ja, Kugeln von allen Seiten nähren sich zum Glück relativ langsam dem Boss. Scheinen aber fast schneller zu werden. Also man muss da wirklich aufpassen. Deswegen auch direkt mit dem Pony losgeritten. Ja, um eben diesen Schaden hier wirklich weiterhin abzufangen. Und auch wenn man dann mit günstigen Porks mal nicht auf den Boss fämmern kann, ist das immer noch besser, als wenn man nie wieder auf den Boss fämmern kann. Weil man fucking tot ist, Leute. Und dann kommen die Ratten aber erstmal und machen fucking Volksfest aus eurer Anwesenheit. Also da könnte ich an der Stelle aber auch drauf verzichten. Davon abgesehen, scheinen aber alle hier sehr schön mitzumachen. Muss man einfach so sagen. Kugeln einsammeln. Ja, lieber einmal mehr mitrennen, als einmal zu wenig. Klar kann man jetzt sagen, boah, der DH, der macht das schon. Aber was, wenn nicht? Ja, dann kippt der Nächste nämlich ruckzuck um. Weiß nicht, ob sie jetzt noch ein BR haben. Aber auf Tyrannisch, beim letzten Boss-Drittel, da wird es ja eigentlich schon alle lebendig haben. Ich sag das auch immer, wenn wir alte Raids im Stream auf Mythisch laufen für T-Mock, Mounds und Co. Sei es Mechadrill in der Saint-Alor. Oder sei es irgendwie der Panzer von Insorse. Oder wer auch immer. Der Fußball-Boss in der Lothar, falls ihr euch erinnert. Und wir wollen da überwiegend auf die Mechaniken scheißen. Dann funktioniert das je nach Boss mal mehr, mal weniger gut. Oh no, unser Zwerg. Da ist er weg. Er kennt dieses Gefühl. Und was ich dann immer sage, gerade in den letzten Phasen, wenn man versucht, so ein bisschen rumzuschludern, Leute dran denken, so ein mythischer Boss mit 20% ist immer noch ein mythischer Boss mit 20%. Und dann wundert man sich auf einmal. Hm, Hälfte der Gruppe tot. Okay, letzte Phase. Coole Sache. Aber irgendwie verliert der Boss gar kein Leben mehr. Und dann wipest du plötzlich bei 15%. Und das ist, und da sind wir gerade auch bei 15%. Ich hoffe nicht, dass sie wipen, aber da ist immer noch ein hartes Stück, was sie da kaputt hauen müssen. Ist einfach so. Wir sehen, da sind nochmal ein paar Paktfähigkeiten angegangen. Jawohl, der Fight geht jetzt so lange. Und das ist ja manchmal ein Vorteil bei tyrannischen Fights, dass nochmal so ein paar CDs ready sind. Jawohl, da wird nochmal der ein oder andere Ghul beschworen. Hier, unser DH geht schön mit der Feuerbrandaura rein. Und dann sind es noch 7%. Jetzt müssen sie aber trotzdem nochmal die Kugeln spielen. Jawohl, auch unser DK versucht hier schön mitzulaufen. Selbst der Monk versucht sie jetzt so zu stellen, dass das nicht das größte Problem ist. Aber wir sehen, wie die Gruppe auch runter geht. Na, so unser Heiler. Der muss hier wirklich gucken, dass er ordentlich nochmal rein toppt. Und dann ist zum Glück auch der Kollege umgefallen. Alle sind wieder groß, außer unser Zwerg. Der bleibt jetzt für immer in dieser Größe. Nein, da ist er wieder. Wunderbar. Wait, ist er gewachsen? Oder? Ja, jetzt sind wir wieder in normaler Größe unterwegs. Jetzt können uns die Spinnen und Ratten mal gern haben. Und dann sind wir jetzt dabei, die letzten Prozente zu sammeln, bevor es dann Richtung Endboss geht. Oder? Habe ich irgendwen vergessen? Nö. Kurator, Medivh, diesen Mana-Verschlinger und dann den Beobachter. Denn wir sind ja im Addon Legion. Das heißt, die Legion ist hier natürlich auch vor Ort. Und dieser Endboss-Kampf, der war auch sehr interessant. Also da haben sie, ich will nicht sagen, sich selber übertroffen. Aber der hat sich wirklich angefühlt, als würde ich gerade irgendeinen Science-Fiction-Film gucken. Ja, der dann irgendwie directed war bei Uwe Boll. So, und das habe ich tatsächlich relativ selten gehabt in solchen Dungeons. Deswegen sind ja diese Mega-Dungeons auch immer eine wahre Wonne. Auch wenn ich an Tazavesh oder Mechagon denke. Ja, da gibt es zwar den einen oder anderen, der trotzdem meckert. Ha! Lachkick. Aber insgesamt sind das ja doch wirklich tolle Machwerke. Irgendwie so eine Mischung aus Dungeon und Raid. Ja, was auch die Dichte von Mechaniken und die, ich sag mal, Kreativität bis Schwierigkeit der Bosse angeht. Na, da kann, denke ich, jeder von uns ein Lied von singen. Und deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass wir auch diesen Boss mit Begeisterung gemeinsam erneut erleben dürfen. Und unsere Gruppe den begeisternd umhaut. Und so sieht es nämlich aus. Trash-Prozente gehen jetzt auf die 90% zu. Ich bin mir nicht sicher, wie viel dieses Theater, hätte ich fast gesagt, ich meine dieses Schach-Event, damit rein zählt. Oder ob es gar keine gibt, ich weiß es nicht. Das wird uns unsere Gruppe jetzt zeigen. 95%. Ja, ich würde sagen, wenn es jetzt beim Schach was gibt, dann sollten das auf jeden Fall 5% sein. Wieder so ein verworrener, verwinkelter Gang hier, dass mir da nicht schlecht wird, Junge. Das wundert mich ja auch jedes Mal. Umso länger ich mir das hier angucke, umso geisteskränker wird das irgendwie alles. Und wir haben hier, glaube ich, auch noch den ein oder anderen Ereda-Magier rumstehen. Da oben, genau. Boah, das war auch böse. Hier konnte man auch runtergeschossen werden. Diese Fledermäuse an der Seite, die konnte man, glaube ich, verspotten oder mit Todesgriff und so ranziehen. Das ging, glaube ich, auch. Dann landen die. Aber sie scheinen die bewusst aktiv lassen zu wollen. Gehen das Risiko ein mit diesen Voids, jawohl. Und, ah, sie skippen den Bums einfach, siehe da. Ja, deswegen gewartet, dass man den richtigen Moment abpasst und dann nicht aus Versehen mit dem Invis-Pot in so eine grüne Fläche schlendert. Und dann kann man das natürlich, ja, da sind noch welche, Getrost hinter sich lassen. Ah, gucke. Und dann sind wir in der Spielhalle. Jawohl, die Sonne lacht und auch die Gegner sind bereit. Beim Schach, wir sehen das hier, ist nicht mehr so das Schach, was wir aus dem ursprünglichen Kara kennen. Die Figuren wurden jetzt auch verdorben und wiedererweckt und denken sich, was soll denn das hier? Ich wollte nur Schach spielen, aber das Brett ist kaputt. Deswegen haben sie hier so eine ganz witzige Mechanik mit reingebracht. Und die Figuren haben quasi ikonische Fähigkeiten, die man schon aus dem Schachspiel kennt. Aber springen auch irgendwie umher. Also der Turm, der hüpft dann mal in die Ecke und so weiter. Wir sehen das hier an diesen leuchtenden Feldern. Zack, auch da drüben jetzt der Bischof hüpft da rüber. Also ist so eine recht witzige Mischung aus dem alten Schach oder dem klassischen Schach, was man kennt. Und wir hauen noch so ein paar Äts auf den Kopf. Da sehen wir wieder die Lauffrequenz, in der sich jetzt auch die Figuren bewegen. Und da sollte man natürlich entsprechend raus. Den King halten sie jetzt einfach hier im Dauerstun. Das sieht auch ganz schön aus. Der war schon ein bisschen erschöpft. Natürlich raus. Da aus seinen Fähigkeiten einwandfrei. Und dann wieder gucken, dass wir auch so ein bisschen auf die Ad-Kollegen hier gehen. Während die Elementareffekte ja auch völlig durchdrehen. Guckt euch das an. Da wird wieder rumgesprungen. Man muss ja also ein Auge auf alles und sich selber haben. Ansonsten wird man hier relativ zügig Schachmatt gesetzt. Ist ja dann nicht so wie beim Queen's Gambit. Aber ist zumindest so ähnlich. Und wir sehen, sobald wir eins dieser Ads eben aus dem Leben schallern, kriegt der König wieder so einen wunderbaren Stun rein. Das heißt, wir können problemlos auf ihn draufschlagen, ohne dass er immer hintereinander weg so eine räudige Eisfläche um sich rum macht. Und somit das Rankommen natürlich stark stört, beziehungsweise gänzlich verhindert. Und ich weiß nicht, ob sie es diesmal schaffen, ihn runterzunatzen. Aber ich würde fast sagen, schon. Denn wie beim Schach ist es hier natürlich ganz ähnlich. Das Ding ist vorbei, wenn der König umgeholzt wurde. Oder die Königin oder alles oder beides. Ich glaube, das war auch in der WoW-Version. In der alten der Fall. Den König einfach umholzen. Entweder den guten Lane oder auf der anderen Seite dann den Kriegshäubling. Den guten Schwarzfaust. Und dann war das Ding gelutscht. Wunderbar. So schnell kann das laufen. Wir haben die Trash-Prozente voll. Wir haben noch einen schönen Skip zum Ende hinbekommen. Wir hatten eben beim Schach keine größeren Probleme. Wir haben da jetzt noch ein bisschen Dialog zwischen Medivh und Khadgar. Aber wir sind heute nicht für die Lore hier starke Schmerzen, sondern für einen wunderbaren Abschluss. Da wird sie nochmal nachgebufft. Der Moment wird genutzt, um nochmal zu sinnieren über das Leben, über das eigene, über das des Bosses. Welches jetzt zunächst das Ende finden wird und welches nicht. Aber ich denke mal, auch wenn ich die Titel hier sehe in der Gruppe, dann werden sie, glaube ich, auch bei diesem Boss wenige Probleme haben. Es ist so ein Auge. So ein Augendämon. Ja, das sehen wir uns schon. Schön groß und leuchtend und so ganz leicht von grüner Teufelsenergie erfüllt. Da sehen wir auch die Rabenflattern. Jawohl, unsere Wächter sind hier also mit von der Partie. Und bei dem musste man gucken. Der hatte so ein paar klassische Fähigkeiten von seinen Raumschiffen. Das heißt, man wurde, meine ich, von so einem Laser verfolgt. Man konnte den Boss auf jeden Fall auch kicken. Da sollte man aufpassen. Der macht sonst so einen feurigen Laser nach vorne. Genau, wo wir von Laser sprechen, da ist schon der Nächste. Oh Gott, die kleinen Zwergenbeine. Lauf, jawohl, bei der Pony hier zur Hilfe gerufen. Und er hat auch diesen fetten grünen Strahl, haben wir gerade schon gesehen. Der kann natürlich auch massiven Schaden machen. Und dann fängt er jetzt schon an, meine ich, sich zu verpissen, oder? Und dann müssen wir ihm entsprechend hinterher. Ne, dauert noch ein bisschen. Wieder nur der dicke grüne Laser, aber wird nicht mehr allzu lange dauern. Er hatte nämlich mehrere, mehrere Stationen, ja, auch auf seinen Schiffen. Er flieht dann natürlich. Und wenn er jetzt merkt, dass dieses ganze Bombardement, uh, gefährliche Void über Lappen hier, Junge. Da weißt du aber auch nicht. Holla, holla, holla. Wo soll ich da hin? Habe ich überhaupt noch einen Lappen? Oder bin ich der Lappen, ne? Das sind immer gefährliche Fragen. Wie viel sich hier überschneidet, Junge. Diese grünen Lasers, grüne Gebombe. Dann hier noch diese lila Bällchen. Die, glaube ich, dann von den Spielern ausgehen. Da hat man einen Debuff, damit muss man raus. Und wenn er abläuft, dann kackt man diese Bällchen aus. Also da muss man auch ein bisschen drauf achten. Es ist also viel wieder mit Positioning, ja, viel mit Ausweichen. Und dann gibt es jetzt eben dieses Portal. Und wir fliegen einmal hoch. Jawohl, nur Stargate könnte schöner sein. Und haben hier jetzt einen kleinen Hindernisparcours, bei dem wir aus einem Laser ausweichen müssen. Na ja, guckt jetzt in die Mitte. Das heißt, wir gehen an die Seite, müssen da aber auch aufpassen, weil wir sehen es schon an der Seite. Da haben wir diese blitzenden Kristalle. Und deswegen sollte man da auch nicht allzu lange dran sich aufhalten. Was auch immer das für eine schlimme Grammatik war. Aber wir sind wieder beim Boss. Und wenn es eben einer vorschärft, so ähnlich wie bei Skullok, ne, den Eisendogs beim Endboss, dann ist diese Phase eben auch erstmal beendet. Das Problem ist jetzt, wir haben noch weniger Platz als zuvor. Das heißt, die Fähigkeiten wollen noch besser abgelegt werden. Bloß, bloß nicht vor dem Boss stehen. Ja, sieh ihm nicht in die Augen. Ansonsten flatterst du hier schneller von der Plattform, als du nach oben geflogen bist. Da kann man wieder unterbrechen. Das haben sie bei Medivh ja geübt. Das haben sie im zweiten Versuch sogar nahezu perfektioniert. Deswegen müssen sie sich da, denke ich, keine großen Sorgen machen. Boss ist jetzt schon unter 30%. Öffnet das nächste Portal und dann sind wir auch schon auf der letzten Plattform. Ja, wirkt also erstmal sehr, sehr krass. Sieht erstmal nach. Der kann einfach alles aus. Aber wenn man die paar Sachen, die er kann, richtig eingespielt hat, richtig im Hinterkopf behält, dann ist es eigentlich kein Problem, dem ganzen Bums hier auszuweichen. Und natürlich, was wäre so ein Kommandant ohne einen Haufen Ads? Das heißt, die nimmt man einfach mit nach vorne, versucht ihn da schnell zu erreichen, denn man will ihn jetzt natürlich auch unterbrechen. Ja, er lädt sich da auf. Dementsprechend gucken, dass man die Ads schön mitnimmt. Vorne am Boss hält. Noch kann man ihn casten lassen. Nur schauen, dass er den Zauber nicht durchbekommt. Und in dieser Zeit, wenn man sich da sicher ist, kann man natürlich auch schon mal auf die Ads holzen und muss die da nicht unbedingt mit in den Bosskampf reinnehmen. in der Hinsicht, dass man den Boss eben sofort kickt. Ja, obwohl er gerade noch gar keine größeren Probleme erzeugt. Aber das ist immer je nach Gruppe ein bisschen unterschiedlich. Man muss natürlich trotzdem gucken, wie der Schaden aussieht, der verursacht wird und der reinkommt. Aber wir sehen schon, für unsere Truppe war der Endboss jetzt eigentlich fast wie so eine kleine Erlösung, auch nach dieser Medivh-Geschichte. Sehr schöner Key, sehr schöner Run, dickes Gitzetti. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen, vielen, vielen Dank fürs Zuschicken. Und dann freue ich mich, wenn wir uns demnächst hier oder in einer anderen Playlist wiederhören. Bis dahin, macht es gut, bleibt gesund und tschau's.